Guten Morgen aus Berlin, es ist mal wieder Montag, eine neue Woche beginnt. Wir haben den 25. Januar 2016 und es ist genau 9.16 Uhr. Um 6 Uhr hat mein Wecker geklingelt, um 7 Uhr war ich dann beim Sport auf dem Laufband, habe 45 Minuten Laufen geschafft, 8.15 Uhr war ich wieder hier und jetzt haben wir es 9.16 Uhr und jetzt werde ich mich auf den Weg ins Büro machen. Ich überlege noch, ob ich mit dem Rad wieder fahre oder ob ich Bus nehme. Nach Regen sieht es momentan nicht aus, aber heute Abend fahre ich ja auch wieder Bus und Bahn, aber da reicht eigentlich eine Hin- und Rückfahrt, also eine normale Strecke für ein Ticket für 2,25 Euro sind 4,50 Euro und so würde ich für eine Tageskarte irgendwie 7 Euro zahlen. Von daher schwinge ich mich glaube ich gleich aufs Rad. Mal gucken, wie ich mich entscheide, ich weiß es noch nicht. Ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal gleich ins Büro und dann muss ich hier und da noch ein Telefonat erledigen. Dann treffe ich mich heute wahrscheinlich mit Udo Schaub, dem Papa von Jasper, wegen eines Crowdfunding, Crowdinvesting-Projekts. Die sind irgendwie von 12 bis 13 Uhr bei einer Agentur. Und dann mal gucken, ob wir bis 14 Uhr noch einen Termin zustande kriegen, denn um 14 Uhr habe ich schon den nächsten Termin bei Bruno Gemünder. Dann geht es nach Hause und irgendwann heute Abend, so zu 19 Uhr, fahre ich dann nach Neukölln zu Ada und Jasper, denn da ist mal wieder Serien- oder in unserem heutigen Fall Filmabend. Wir gucken uns Days of Future Past an, den letzten X-Men-Film. Und Jasper kennt den noch nicht, ich habe den mal geschaut im Kino, aber es ist auch schon eine Weile her. Und den kicken wir uns dann heute einfach mal an. Ja, und das ist dann mein Montag. Mal gucken, wann ich wieder zu Hause bin. Ich versuche möglichst früh ins Bett zu gehen. Gestern war es wieder irgendwie um 0.10 Uhr. Ja, da war die Nacht relativ kurz und die Augenringe werden wieder größer, umfangreicher. Und heute will ich mal versuchen, vor 0 Uhr ins Bett zu kommen. Wahrscheinlich wird es nicht sehr viel weiter als gestern vor 0 Uhr sein. Also ich denke mal so, um 11 Uhr bin ich zu Hause und ich dann im Bett bin, das ist halb 12. Aber wir gucken mal. Mal schauen. Morgen ist ja dann ganz normal arbeiten ohne Sport davor, von daher kann ich da ein bisschen länger schlafen. Gut. Also, dann habt alle einen guten Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch vom Wetter nicht, ja, ärgern. Es ist halt gerade grau und grau und Regen, aber irgendwann kommt auch wieder Sommer oder Frühling zumindest erst mal. Und wir sollten nie vergessen, die Sonne scheint ja über den Wolken trotzdem weiter, von daher. Ja, laber, laber, schönen Tag und dann bis morgen. Also dann, ciao.